Die Staatsgewalt aus meiner Hand Die Pfosten meines Hauses wurden von Staatswegen mit Lorbeer begrenzt, eine Bürgerkrone wurde über meiner Pforte befestigt und ein goldenes Reliefbild wurde in der Curia Julia aufgestellt. Wie die Inschrift des Reliefs bezeugt, wurde es mir von Senat und Volk wegen meiner Tüchtigkeit, Milde, Gerechtigkeit und meines Pflichtgefühls gewährt. Von diesem Zeitpunkt an überragte ich alle an Ansehen und Einfluss, an Amtsgewalt aber hatte ich nicht mehr als auch die anderen, die in den jeweiligen Ämtern meine Kollegen waren. Sie haben es gerade gehört. Kaiser Octavianus Augustus, der erste römische Kaiser, behauptet in seinem Rechenschaftsbericht, er habe alle besonderen Machtbefugnisse an Senat und Volk von Rom zurückgegeben. Dieser Bericht soll den Anschein erwecken, Augustus hätte die alte republikanische Ordnung wiederhergestellt. Nun wissen Sie aus Artikel 20 des deutschen Grundgesetzes, dass man unter einer republikanischen Ordnung gerade eine Staatsordnung versteht, in der es keinen Kaiser und keinen Monarchen gibt. Etwas kann also nicht stimmen. Wenn Augustus der erste römische Kaiser ist, dann kann er nicht die republikanische Ordnung wiederhergestellt haben. Und tatsächlich handelt es sich bei diesem Rechenschaftsbericht letztlich im Wesentlichen um Propaganda. Man könnte auch sagen, Augustus präsentiert hier alternative Fakten. Die in der historischen Wissenschaft anerkannten Fakten sind, dass Augustus die römische Staatsform transformiert hat, dass er aus der republikanischen Ordnung eine neue Ordnung gemacht hat, die modern gesprochen Züge einer Militärdiktatur trägt, aber letztlich eine Monarchie geworden ist. In ihrer ersten Phase bezeichnet man diese Monarchie als Prinzipat. Man spricht auch von einer gemäßigten Monarchie, aber eine Monarchie ist es und die römische Republik hat mit der Machtergreifung des Augustus ihr Ende gefunden. Dem ist eine lange Krisenzeit, eine Agonie vorausgegangen, die beginnt mit den Reformversuchen der Brüder Tiberius und Gaius Gracchus. Im zweiten Jahrhundert vor Christus. Quirius und Gaius Gracchus bemühen sich um eine Landreform. Sie wollen Politik für die kleinen Leute machen und den Landbesitz gerechter verteilen. Und sie versuchen das durchzusetzen gegen die Senatsaristokratie. Erinnern Sie sich, die römische Republik ist keine Demokratie. Sie wird beherrscht von einer Oberschicht aus alten Patriziern und ebenfalls in den Oberschicht aufgestiegenen Plebeiern. Die sitzen im Senat und bestimmen die Politik. Die Gracchus versuchen mit der sogenannten popularen Methode zu agieren und etwas gestützt auf breite Bevölkerungsschichten gegen diese Senatsaristokratie durchzusetzen. Damit scheitern sie. Aber diese neue Methode findet später Nachahmer. Manchmal spricht man von den Popularen als einer Partei. Das trifft es nicht ganz. Aber eine Bewegung, eine Methode ist das. Und der nächste, der sich dieser Methode bedient, ist der berühmte Heerführer Gaius Marius. Der erwirbt sich großen Ruhm als Besieger der Kimbern und Teutonen, germanischer Stämme, die die römische Herrschaft herausfordern. Und das führt dazu, dass er mehrere Jahre hintereinander immer wieder zum Konsul gewählt wird. Das ist regelwidrig. Es ist zwar möglich, mehrfach Konsul zu werden, aber es muss dazwischen ein Zwischenraum liegen. Die Iteration, diese fortige Verlängerung des Konsulats widerspricht der alten Ordnung und zeigt, dass diese alte Ordnung nicht mehr richtig funktioniert. Dass eine Alleinherrschaft offenbar Vorzüge hat. Gaius Marius muss dann nochmal aktiv werden, weil, nachdem er seine Konsulate niedergelegt hat, der Bundesgenossenkrieg ausbricht. Da rebellieren die eigentlich schon längst in den römischen Herrschaftsverband einbezogenen Einwohner Italiens. Deswegen, weil man ihnen das römische Bürgerrecht vorenthält. Das volle Bürgerrecht. Marius versucht also diese Aufstände niederzuschlagen. Das gelingt aber letztlich nur teilweise und die Römer müssen Zugeständnisse machen. Letztlich erhalten alle Einwohner Italiens das römische Bürgerrecht. Und spätestens da sieht man, dass die römische Republik, die die Ordnung für einen Stadtstaat war, nicht mehr passt. Denn aus dem Stadtstaat, wo man sich kennt und wo man mit einer kleinen Zahl von Beamten alles regeln kann, ist damit ein Flächenstaat geworden. Ganz Italien ist jetzt römisches Staatsgebiet im engeren Sinne. Um Italien herum gibt es die abhängigen Provinzen. Aber ganz Italien gehört zum Kernstaat. Und das verträgt sich nicht mit der Ordnung eines Stadtstaats. Es kommt dann bald zur nächsten Alleinherrschaft. Sulla setzt sich im Bürgerkrieg gegen die Anhänger des Gaius Marius durch. Sulla ist kein Popularer, sondern Vertreter der Gegenbewegung, die die Senatsaristokratie stärken will. Diese Bewegung nennt sich Optimaten. Und Sulla wird als Vertreter dieser Richtung zum Diktator. Das ist also wieder die Alleinherrschaft eines Mannes und überdies auch wiederum der Missbrauch älterer Formen. Sie erinnern sich, die Diktatur ist eigentlich ein Amt zur Bewältigung von äußeren Notständen. Insbesondere soll es dazu dienen, einem Mann in einer kriegerischen Notsituation das alleinige Kommando zu geben. Sulla wird nun diese Diktatur verliehen für eine viel längere Frist statt des üblichen halben Jahres für mehrere Jahre und mit dem Ziel, dass er den Staat wiederherstellt. So heißt das. Und das tut er im Sinne einer Stärkung der Senatsaristokratie. Die Zeitgenossen sind überrascht, dass er dann tatsächlich freiwillig abtritt und die Macht zurückgibt. Es kommt also nochmal zu einem Aufleben der republikanischen Staatspraxis. Aber schon bald zeigen sich weitere Krisensymptome. Julius Cäsar, der ein Verwandter des Marius ist, schließt mit zwei anderen aufstrebenden Politikern ein Triumvirat. Das ist kein offizielles Staatsamt, Mitglied dieses Triumvirats zu sein, sondern die drei verbünden sich politisch, um sich gewissermaßen den Staat zur Beute zu machen. Dieses politische Zweckbündnis hält aber nicht lange. Es kommt zur Auseinandersetzung und letztlich zum Bürgerkrieg zwischen Cäsar und Pompejus. Diesen Bürgerkrieg gewinnt Cäsar und schwingt sich dann wie Sulla zum Diktator auf. Und anders als Sulla legt er seine Macht nicht zurück, sondern lässt sich zum Diktator auf Lebenszeit ernennen. Das löst nun alte republikanische Reflexe aus, weil es erinnert an die alte Königsherrschaft und Unterführung eines Mannes namens Brutus, der sich auch familiär verbunden fühlt mit den legendären Königsmördern des 6. Jahrhunderts, kommt es zum Attentat auf Cäsar. Er stirbt an den Iden des März 44 vor Christus. Danach bildet sich wieder ein Triumvirat. Das ist aber jetzt eine etwas anders gelagerte Verbindung. Die Anhänger des Cäsar in ihrem Feldzug gegen die Cäsar-Mörder schaffen es, dass ihnen durchgesetzt Sondervollmachten verliehen werden. Das zweite Triumvirat ist also ein Zusammenschluss von Männern, die auch besondere Vollmachten zur Neuordnung des Staates haben, nachdem sie sich im Bürgerkrieg durchgesetzt haben gegen die Cäsar-Mörder. Unter den dreien kommt es aber wie im ersten Triumvirat zu Auseinandersetzungen und letztlich zu einem Bürgerkrieg zwischen Octavianus Augustus und Marc-Anton mit seiner geliebten Kleopatra. Am Ende dieses Bürgerkriegs steht dann die Alleinherrschaft des Augustus. Und unter anderem die Tatsache, dass sein Adoptivvater Cäsar als Alleinherrscher ermordet wurde, führt nun dazu, dass Augustus peinlich darauf bedacht ist, seine Alleinherrschaft zu maskieren als eine Wiederherstellung der Republik. Er baut aber in Wirklichkeit Schritt für Schritt seine Alleinherrschaft aus, er lässt sich immer neue Vollmachten verleihen. Zuerst ist er eben Triumvir, danach lässt er sich wie Beiland Marius mehrfach zum Konsul wählen. Dann legt er eben feierlich sein Konsulat nieder und versucht den Anschein zu erwecken, damit sei der Normalzustand wiederhergestellt. Er lässt sich aber zugleich durch Gesetz Vollmachten verleihen, die angelehnt sind an die Befugnisse von Beamten, aber die er nun trägt, ohne so ein Amt inne zu haben. Eben diese Konstruktion, er ist nicht Konsul, er hat kein besonderes Amt, aber ihm sind besondere Vollmachten trotzdem verliehen, die soll eben ermöglichen, zugleich die Alleinherrschaft auszuüben und den Anschein einer Wiederherstellung der Republik zu erwecken. Er lässt sich also die Befugnisse eines Volkstribunen, die Tribunikia Potestas und ein prokonsularisches Imperium verleihen, so ähnlich wie es die Stadthalter in den Provinzen haben. In der Späten Republik ist es üblich, dass jeder Amtsinhaber, der ein Imperium hatte, also Konsulen und Prätoren, nach Ende ihrer Amtszeit in eine Provinz entsandt werden. Dafür wird ihnen ihr Imperium verlängert, sie sind also nicht mehr Konsul oder Prätor, haben aber ein prokonsularisches oder proprätorisches Imperium. Ähnlich lässt sich das nun Augustus verleihen, aber wohl von Anfang an mit der Maßgabe, dass sein Imperium über dem aller anderen Imperiumsträger steht, also ein sogenanntes größeres Imperium, ein Imperium Majus. Und später spricht man dann einfach von konsularischem Imperium, von Imperium Konsulare. Also, Augustus legt alle Ämter nieder, behält aber Sondervollmachten und versucht so zu tun, als sei alles beim Alten. Schauen wir uns nochmal an, was das nun für die römische Verfassung bedeutet. Hier zunächst die alte republikanische Verfassung, dieses Schaubild kennen Sie schon aus der Einheit über die entwickelte Republik. Da sind also die bestimmenden Kräfte einerseits der Senat und andererseits die Magistrate, unter denen die Magistrate Cum Imperio, also Konsul und Prätor, die bestimmende Rolle haben. Die werden von den Volksversammlungen gewählt, trotzdem erinnern Sie sich, herrscht keine Demokratie. Die Volksversammlung hat Abstimmungsmodi, die die Reichen begünstigen und dominierend sind letztlich die im Senat vertretenen großen Familien. Nun haben wir eine neue Ordnung, in der über allem der Kaiser, der sich als Prinkeps erster Bürger betiteln lässt, steht, mit seinen Sondervollmachten. Er übt letztlich bestimmenden Einfluss auf den Senat aus, er wählt die Senatoren aus und gibt denen auch vor, was sie zu tun haben. Er wählt auch letztlich die Inhaber der republikanischen Magistraturen aus, die zunächst weiterhin alle Jahre bestimmt werden. Und er baut sich eine eigene kaiserliche Verwaltung auf. Die Volksversammlungen, die es vorher gab, spielen bald kaum mehr eine Rolle. Das hat weniger mit der Umwandlung des Staates zu tun. Denn, nochmal, auch vorher herrschte ja keine Demokratie und so eine kleine Rolle bei Wahlen und Abstimmungen könnte man der Volksversammlung an sich auch weitergeben. Das ist aber einfach in dem Großreich, zu dem der römische Stadtstaat geworden ist, nicht mehr praktikabel. Sehen wir uns die Einzelheiten etwas näher an. Wie gesagt, die Volksversammlung ist einfach nicht mehr praktikabel. Der braucht die Beamten vom Volk wählen zu lassen, stirbt allmählich ab. Der Kaiser wählt teilweise die Beamten aus, teilweise bestimmt er dazu ein Gremium aus Senatoren und Rittern. Die Ritter, das ist die zweiteinflussreichste und zweitvermögenste Volksklasse. Die Volksklasse, diejenigen, die sich ein eigenes Pferd im römischen Heer leisten können, sind das ursprünglich. Deswegen heißen sie Ritter. Also so ein Wahlgremium wählt voraus und die Volksversammlung bestätigt das nur noch. Und später hören wir dann gar nicht mehr viel davon, wie die Magistrate eigentlich bestimmt werden. Denn am Ende ist es offenbar allein der Prinzeps, der die Magistrate bestimmt unter den Nachfolgern des Augustus. Und die Volksversammlung hat da keine Rolle mehr. Und die Gesetzgebung durch das Volk stirbt auch ab. Das letzte Mal hören wir von einem Volksgesetz Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus. Also die Volksversammlung verliert allmählich ihre Rolle. Nicht, weil sie inkompatibel wäre mit der Alleinherrschaft des Prinzeps. Der könnte, fände wohl auch Mittel und Wege, seinen Willen in der Volksversammlung zu verwirklichen. Vor allem deswegen, weil in einem Flächenstaat eine Versammlung aller Bürger an einem Ort nicht mehr so einfach machbar ist. Den Senat gibt es weiterhin, den gibt es noch jahrhundertelang bis ganz ans Ende der römischen antiken Geschichte. Aber die Bedeutung der Senatoren nimmt ab. Sie sind zwar zeitweise in diesem Gremium beteiligt, das die Beamten nominiert. Das macht aber später der Prinzeps dann ganz alleine. Eine gewisse Rolle spielt die Zugehörigkeit zum Senatorenstand weiterhin, weil Senatoren und Ritter in den Richterlisten stehen für die Zivil- und vor allem auch für die Strafgerichtsbarkeit. Außerdem, und das ist eigentlich ein bedeutender Machtzuwachs, wird es üblich, Senatsbeschlüsse als gesetzlich verbindlich anzusehen. Die treten also gewissermaßen an die Stelle der Volksbeschlüsse. Wir hatten ja schon gesehen, der Senat konnte schon in republikanischer Zeit indirekt auf die rechtliche Regelung Einfluss nehmen, indem er die Magistrate beriet, ihre Amtsbefugnisse bestimmterweise wahrzunehmen, zum Beispiel auch dem Präter, der den Ratschlag erteilte, bei gerichtlichen Verfahren in bestimmter Weise vorzugehen. Jetzt wird offen gesagt, was der Senat beschließt, hat Gesetzeskraft. Dummerweise ist es zugleich so, dass der Senat nur noch das beschließen kann, faktisch, was der Kaiser will. Der Kaiser bestimmt, wer Senator wird. Der Kaiser macht auch dem Senat die Vorschläge. Und je stärker der Kaiser wird, desto weniger ist es für den Senat möglich, eigenständig Politik zu machen. Und infolgedessen ist diese gewonnene zusätzliche Kompetenz der Gesetzgebung letztlich wenig wert. Im 2. Jahrhundert nach Christus fängt es auch an, dass man nicht mehr von Senatsbeschlüssen, Senatus Consulta spricht, sondern von einer Oratio Principis, von einer Kaiserrede. Weil letztlich das Entscheidende an der Gesetzgebung, die Tatsache ist, dass der Kaiser in den Senat kommt und dort eine Regelung vorschlägt, die wird vom Senat dann abgenickt. Wir haben also zeitweise die Situation, dass dieselbe gesetzgeberische Maßnahme mal als Kaiserrede und mal als Senatsbeschluss bezeichnet wird. Tatsächlich ist sie beides, aber eben der entscheidende Akt ist nun, dass der Kaiser einen Vorschlag macht, dass der Senat ihn dann bestätigt, ist selbstverständlich. Deswegen bezeichnen wir die Senatsbeschlüsse als Kaiserrede, Oratio Principis. Und das Fazit ist eben, die Senatoren bleiben die Oberschicht. Diese Rolle teilen sie sich mit den Rittern der zweithöchsten Vermögensklasse. Aber die Senatoren sind weiterhin die oberste Schicht, auch die reichsten im Römischen Reich. Und sie wählen das Reservoir, aus dem die Kaiser ihr Personal rekrutieren. Aber der Senat als solcher, als Staatsorgan, hat nur noch wenig Bedeutung. Ähnlich ist das mit den republikanischen Magistraten. Die werden alle weiterhin gewählt. Und es bleibt auch eine große Ehre, Magistrat zu sein. Aber die Amtsbefugnisse schwinden dahin. Das gilt vor allem für die Konsulen, denn deren Aufgabe der allgemeinen Staatsleitung übernimmt nun der Kaiser. Konsulen bekommen ein paar Aufgaben in der Rechtsprechung. Im Wesentlichen aber ist das vor allem ein Ehrenamt. Und es verleiht die Fähigkeit im Anschluss als Mann von konsularischem Rang, eine ehrenvolle Weiterverwendung zum Beispiel als Provinzstadthalter zu finden. Den Prätoren ergeht es ein bisschen besser. Also insbesondere die Stellung des Prätors im Gewillprozess, im Formularprozess, bleibt zunächst erhalten. Wir haben aber schon angesprochen, dass auch da die Kaiser eingreifen, indem nämlich reglementiert wird, was die Prätoren in ihrer Amtsführung zu tun haben. Insbesondere dadurch, dass der Kaiser das prätorische Edikt redigieren und dann festlegen lässt. Es ist also nicht mehr jeder Trätor frei, wie er sein Amt führt, sondern er muss den Vorgaben des Edikts folgen, dass er nicht selbst erlässt, sondern dass ihm vorgegeben ist. Von den übrigen Amtämtern ist es so, dass vor allem die Zensur abstirbt. Der Kaiser lässt sich erst selber zum Zensor wählen. Damit geht ja auch die Befugnis einher, Senatoren zu ernennen. Und später wird kein Zensor mehr gewählt und auch nicht der Kaiser zum Zensor gewählt, sondern die Amtsbefugnisse des Zensors verschmelzen mit denen des Kaisers. Die Hauptbedeutung der Magistraturen besteht dann also darin, dass bestimmte Provinzen von ehemaligen Magistraten verwaltet werden. So wie das schon in der Späten Republik war. An die Amtszeit in Rom schließt sich die Amtszeit als Provinzstaattheiter mit verlängertem Imperium an. Dabei bleibt es teilweise und da haben die Magistraturen eine Bedeutung, weil sie eben zu dieser Provinzstaattheiterschaft qualifizieren. Ganz beherrschend ist aber eben die Stellung des Prinzeps, des Kaisers selber. Er bekommt eben das Imperium verliehen, bei Augustus schwankt das etwas. Später ist klar, er hat ein Imperium wie ein Konsul und sein Imperium ist dem der Konsul überlegen. Er nimmt die Staatsleitung wahr und zugleich agiert er auch als Prokonsul insofern, als er bestimmte Provinzen unmittelbar verwaltet. Es wird also ein Teil der Provinzen weiter an gewesene Magistrate vergeben. Einen Teil der Provinzen verwaltet aber der Kaiser persönlich. Er lässt sich dort durch Gesandte, die von ihm streng abhängig sind, vertreten und ist selber der Provinzstaattheiter und auch der Kommandeur der dort stehenden Truppen. Außerdem hat er die sogenannte tribunizische Gewalt, also die Befugnisse eines Volkstribuns. Sie erinnern sich, das ist ein Amt, das von jungen Politikern wahrgenommen wird, aber enorme Machtbefugnisse hat. Unter anderem spielt da eine Rolle die persönliche Unverletzlichkeit, Unverletzlichkeit, also die Freiheit von oder die Tatsache, dass man weder strafrechtlich verfolgt werden kann, noch persönlich angegriffen werden darf. Das wird mit dem Tode bestraft. Außerdem gehört zur tribunizischen Gewalt das Vetorecht gegen Amtshandlungen anderer Amtsträger. Dazu kommt noch die Tätigkeit als Pontifex Maximus und damit auch als oberster Zuständiger für die Religion und eben die zensorischen Bestimmungen. Spätere Kaiser lassen sich das durch Gesetz verleihen, was Augustus da an Befugnissenamt angehäuft hat. Wir haben ein solches Ermächtigungsgesetz, in dem die kaiserlichen Befugnisse alle aufgezählt werden für den Kaiser Vespasian. Das ist als Inschrift ausbewahrt in den kapitolinischen Museen in Rom. Besonders große Bedeutung hat die Tatsache, dass der Kaiser sich nach und nach seine eigene Verwaltung an den republikanischen Magistraten, die es weiterhin gibt, vorbei verschafft. Ich habe Ihnen das hier mal gezeigt. Ich hatte ja schon erwähnt, einer der Gründe, warum die Republik in die Krise gerät, ist die Tatsache, dass Rom von einem Stadtstaat zu einem Flächenstaat geworden ist. Und in diesem Flächenstaat braucht man einfach mehr Personal. Man braucht professionelle Verwalter. Das gibt es jetzt. Der Kaiser schafft also eine Reihe von neuen Ämtern. Unter anderem schafft er sich eine persönliche Leibgarde, die in Rom steht. Das ist auch insofern ein Unding, als bis dahin bewaffnete Truppen in der Stadt nicht erlaubt waren. Diese Leibgarde wird von zwei Präfekten kommandiert, die daneben alle möglichen Verwaltungsaufgaben haben und zunehmend zu Stellvertretern des Kaisers in allen Fragen auch im Richteramt werden. Dann gibt es einen Stadtkommandanten von Rom, den Präfektus Urbi, der in der Kaiserzeit eine große Rolle spielt, der also insbesondere die riesige Hauptstadt Rom unter Kontrolle halten muss, die zwar nicht mehr ein Stadtstaat ist, aber in diesem Riesenreich die größte Stadt und deren Bevölkerung muss unter Kontrolle gehalten werden. Dafür braucht man Polizei und Feuerwehr, die von einem besonderen Präfektus Vigilum kommandiert werden und man braucht eine Getreideversorgung, die die Armen in der Stadt zufrieden und satt hält. Dafür gibt es den Präfektus Annone. Neben diesen Sonderämtern schafft sich der Kaiser einen bürokratischen Verwaltungsapparat mit verschiedenen Kanzleien, die unter anderem seine Kasse verwalten. Auch da ändert sich etwas. Die alte römische Staatskasse, das Errar, verliert an Bedeutung. Auch der Kaiser bestreitet Ausgaben, die mit seinem Amt eingehen, privat, aber zugleich verschafft er sich auch besondere kaiserliche Einnahmen und deswegen wird das Privatvermögen des Kaisers, der sogenannte Fiskus, der Geldkorb des Kaisers, zum neuen Staatsvermögen, das eben von einer kaiserlichen Kanzlei verwaltet wird. Daneben gibt es weitere Kanzleien. Besonders wichtig sind die Kanzleien ab Epistolis und Alibellis. Das sind Kanzleien, die für die Beantwortung von Anfragen zuständig sind. Einerseits von Beamten, die Anleitung, Weisung verlangen und andererseits Eingaben aus der Bevölkerung. Da geht es unter anderem auch darum, dass der Kaiser gebeten wird, seine Rechtsauffassung darzulegen, damit der Richter dementsprechend entscheiden kann. Wie solche reskripte Aussagen sehen wir gleich. Zunächst noch der Hinweis, diese Verwaltung, die der Kaiser sich neu schafft, wird zum einen nicht ausschließlich mit Senatoren, sondern oft mit Rittern besetzt. Die Elite, die dem Kaiser bei der Herrschaft hilft, verbreitet sich also. Zum anderen werden diese Beamten auch besoldet. Auch das ist ein Novum. In der Republik wurden die Beamten nicht besoldet. Wer so ein Staatsamt hatte, musste selber sehen, wie er seinen Lebensunterhalt bestritt und auch die Kosten, die mit dem Amt einhergingen. Der Kaiser schafft sich jetzt eine Verwaltung aus besoldeten Beamten. Auch das ist eine Neuerung. Jetzt, wie schon eben angekündigt, ein Beispiel für so ein Reskript einer kaiserlichen Kanzlei, also die Beantwortung einer Anfrage. Diesen Text würde ich Ihnen auch für das Selbststudium empfehlen. Er steht auf dem Quellenblatt und es wird dazu eine Wiederholungsfrage auf StudIP geben, die wir das nächste Mal besprechen. Das soll Ihnen illustrieren, wie dieses Hineinregieren in die Rechtsverwirklichung von den zentralen Kaisleien aus funktioniert hat. Ganz zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf die Provinz statt Verwaltung in der Kaiserzeit. Die wesentlichen Punkte habe ich schon erwähnt. In der Späten Republik werden die Provinzen in der Weise verwaltet, dass gewesene Magistrate ihre Amtszeit verlängert bekommen und eine Provinz verwalten. Im Anschluss an ihre Amtszeit in Rom als Präter oder Konsul. Dieses Verfahren wird in den sogenannten Senatsprovinzen fortgeführt. Daneben gibt es aber die Kaiserprovinzen, wo nominell der Kaiser selber der Stadthalter ist. Er entsittet dahin Legaten, Gesandte, die ihn dort vertreten. Er hat aber selber eben die Verantwortung in diesen Provinzen. Er kann diesen Legaten Weisung erteilen und er kommandiert auch die Truppen, die dort stehen. Und die Provinzen, die dem Kaiser zugeschlagen sind, die Provinzen, die weniger befriedet sind, die an den Grenzen liegen und die noch nicht so lange unter römischer Herrschaft stehen, dort stehen eben auch die starken Truppen, die der Kaiser damit kontrolliert. Und die Senatsprovinzen haben weniger Truppen, sodass eben auch die Gefahr, dass ein Provinzstaatteil, der sich auflehnt, dadurch geringer wird. Eine Sonderstellung hat noch Ägypten. Ägypten erobert der Kaiser, als er Kleopatra besiegt. Also schon Augustus tut das und behandelt das danach sozusagen als sein Privateigentum. Das wird von einem Prefectus Ägypti, auch so ein neuer Beamter, der aus dem Ritterstand stammt, verwaltet und hat im ganzen Reich eine Sonderstellung, ist ganz eng an den Kaiser persönlich gebunden. Senatoren dürfen Ägypten nicht mal betreten. Soviel zu der Entstehung der Kaiserherrschaft, des Prinzipats. In der nächsten Stunde werfen wir dann wieder einen Blick auf die Entwicklung der Rechtswissenschaft. Diese Stabilisierung des römischen Staates in der Kaiserzeit ermöglicht eine große kulturelle Blüte, zu der auch die Blüte der Rechtswissenschaft gehört. Das wird dann das Thema der nächsten Woche sein. Für heute vielen Dank.